Du guckst erstmal in R2 und dann kannst du erzählen mir was, ja, und dann denkst du, das kann man machen, ja, und dann sagst du, ah ja, okay, und dann fängst du halt dich zu freuen, und mancher ist super, ja, und du hörst gar nicht auf, dich zu freuen, ja, und, ja, und, shit.